Ich bin nicht mit Gameloft auf der Gamescom, weil wir nie auf der Gamescom sind. Gameloft hat eigentlich nie einen Stand auf der Gamescom. Unser PR-Manager Gregory ist auf der Gamescom, aber auch nur für Presse-Events und nicht um einen Stand da zu haben. Was noch, was noch, was noch? Hat das eine Cloud-Speicherung? Da das Spiel offline spielbar ist, vermute ich mal eher nein. Also ich will das jetzt nicht hundertprozentig beschwören, aber ich denke nicht. Doch, 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 man kann sich ja mit den Accounts anmelden. Also ich bin hier gerade mit einem App-Store angemeldet, das heißt Game Center. Das heißt, müsste auf jeden Fall gehen, Cloud-Speicherung, doch, doch müsste gehen. Man muss ja natürlich zwischendurch mal ins Internet gehen, um das zu synchronisieren, aber ja, müsste gehen. Genau. Ähm. Ähm, 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 genau, also wir machen jetzt, also ihr habt jetzt genug von dem Spiel erstmal gesehen, würde ich sagen. Im Chat gibt es übrigens auch. Uh. Ähm. Und zwar machen wir jetzt schnell die Verlosung. Ähm. Machen wir mal schnell. Und zwar möchte ich, dass ihr ein Wort reinschreibt in den Chat. Und wer das Wort reinschreibt, der kann ein T-Shirt gewinnen. Ähm, welche Größen alle vorhanden sind, muss ich mir dann nochmal anschauen. Also es gibt auf jeden Fall M und L und XL und ich glaube sogar XXL gibt es sogar auch. Also es gibt für, hoffentlich für jeden ist was dabei an der Größe. Und ich möchte, dass ihr das Wort, äh, was möchte ich denn, dass ihr schreibt? Wo wir es vorhin schon hatten, möchte ich, ach nee, das kann man nicht machen. Ähm. Und zwar möchte ich gerne, dass ihr das Wort Gamescom in den Chat schreibt. Und, äh, dann los ich unter denen aus, die Gamescom reingeschrieben haben. Und dann schreibe ich demjenigen bei Twitch und der, der dann, ja, der sollte mir dann antworten mit seiner Adresse, mit seiner T-Shirt-Größe und mit, äh, mit seiner, ja, als Adresse, Name und, äh, T-Shirt-Größe. Und dann gucke ich mal, so, erstmal noch schnell die, ah, was zur Hölle ist passiert. Hat sich meine Maus gerade verabschiedet? Ja, meine Maus hat sich verabschiedet. Ähm. Und zwar haben wir, wie gesagt, Gamescom reinschreiben, danke. So, wir haben den, wir haben den Rocco natürlich am Stützen. Wir haben den GA am Stützen. Wir haben den Juli am Start. Mhm. Da habe ich jetzt keinen vergessen. Letzte Chance. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich will ihn vergessen. Ohne, Rocco hat nur doppelt geschrieben. Alles klar. So, jetzt mache ich noch schnell den Zufallsgenerator hier an. Generator an. Und dann gibt es für einen von euch vielen das T-Shirt. Eins bis vier. Und generieren. Gewonnen hat der Gabriel, der GA. Herzlichen Glückwunsch. Der Gabriel, G-A-B-B hat gewonnen. Dir schreibe ich jetzt mal eine Nachricht. Obwohl, du, ja, egal. Ich schreibe es dir trotzdem mal, dass ich dich nicht vergesse. Kann ich dir hier schreiben? Kann ich. Ähm. Du bist Sieger. Glückwunsch. Dann brauche ich Adresse, Name natürlich und T-Shirt-Größe. Und dann kann ich nicht versprechen, ob das schon, ob das schon diese Woche rausgeht oder ob das erst im neuen Jahr rausgeht. Aber es kommt auf jeden Fall an. Versprochen. T-Shirt-Gewinn-Spiel senden. So. Du schreibst für Facebook. Mach das. Das wird auch noch geschehen, Rocco. Keine Angst. Oh, jetzt ist mein Dings gerade aus. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal hoffentlich wieder ein bisschen länger. Wenn ich dann mein ganzes Streaming-Setup ein bisschen optimiert habe. Egal. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag und einen schönen Montag. Äh. Alle Game-Love-Spiele kostenlos nicht. Aber es gibt öfter mal Aktionen. Immer mal auf Facebook oder Twitter vorbeischauen. Da kündige ich die immer an. Also, Freunde der Sonne, vielen Dank fürs Einschalten und wir...